Ich habe da eine neue App gefunden, welche ich doch sehr praktisch finde und zwar ist es die Cariqua App. Ich habe diese bereits installiert und mit meinem Fahrzeug, dem Skoda Enyaq iW50, verbunden. Das Ganze funktioniert über die MySkoda App, wo diese App hier automatisch den aktuellen Akkustand ausliest, was doch sehr praktisch ist. Hier gibt es sehr viele tolle Funktionen, wenn man zum Beispiel an einer Ladesäule steht, kann man direkt den QR-Code scannen und entsprechend den Ladevorgang starten. Was für mich aber sehr interessant ist, ist das Routing. Jetzt gehen wir mal hier rein, jetzt sehen wir mal den aktuellen Standort und dann nehmen wir als Beispiel, ich möchte nach Dessau-Rosslau fahren. Von hier aus, wenn wir das Ganze eingeben, zeigt jetzt an, sind es 574 Kilometer. Das Auto für die Reise wäre der Skoda Enyaq iW50 mit aktuell 58% Akkustand. Wie gesagt, das hat er aus der MySkoda App herausgelesen. Den Ladestatus bei Abreise kann man selbstverständlich noch anpassen, wenn man zum Beispiel das Fahrzeug auf 80% lädt. Was auch sehr praktisch ist, wir sehen hier einen gewünschten Ladestatus bei der Ankunft. Ebenso in die Berechnung fließt mit ein, fahren wir mit Klimaanlage oder wie viele zusätzliche Fahrgäste haben wir. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben noch zwei Fahrgäste dabei und lassen uns jetzt die Reise erstellen. Das System arbeitet und lädt die Route, wie man sehen kann und die Route ist fertig. Ich benötige für 749 Kilometer Distanz, vorher waren es über 500, weil das war die Luftlinie. Das hier ist tatsächlich die Reisestrecke, 11 Stunden, 1 Minute und 6 Ladevorgänge. Was wurde ausgewählt? Es wurden diverse verschiedene Anbieter ausgewählt. Ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, ob ich das Ganze filtern kann. Jetzt gehen wir hier mal rein und schauen uns das Ganze an. Wie man sehen kann, wählt er hier Ladestationen aus mit höherer Ladeleistung, wie hier zum Beispiel eine 300 kW-Säule. Schließen wir das Ganze. Ionity ist mit dabei und was sehr gut ist, wir sehen bei Stopp, wie viel Ladestand wir haben und wann wir wieder aufgeladen haben. Er plant generell bis 80 Prozent zu laden, schreibt auch die Ladezeit hinten dran. Ich finde diese App doch sehr praktisch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit dieser App habt oder ob diese neu für euch ist. Ich habe sie schon im Fahrzeug getestet. Unser Skoda Enyaq iW50 hat keine fest eingebaute Navigation. Von daher ist diese App sehr unterstützend für uns, gerade mit einer Ladeplanung. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, lasst meinen Daumen nach oben da, schenkt meinem Kanal ein Abo. Bis dann, euer Mario.